I'm sorry that I fucked up Now we go through it again Where I gain another pain And I lose another friend I fucked up Froschiges, hallo draußen Willkommen zu einer neuen Folge Skyhorse auf Gomme Heute mal ausnahmsweise alleine Sonst kam ja auch immer was mit dem Tom Aber der ist aktuell echt Mich verschollen Der antwortet nämlich gar nicht mehr auf Instagram Du kleiner Schlingel, falls du das hier siehst Jaja, du musst mal ganz schnell antworten Oder auf den TS kommen Ja, Leute Knackiges Skyhorse Video Ich hab kein Schwert, erstmal ins Craft Knackiges Skyhorse Video Und in der nächsten Zeit steht viel an Ich hoffe, ihr habt schon mal den Teaser gesehen Im Community Tab Bezüglich des Community Servers Ein kleiner Screenshot von der Map Und eine kleine Ankündigung Wann es soweit sein wird, höchstwahrscheinlich Voraussichtlich wird es im Juni sein Das wir dann eröffnen Wird auf jeden Fall Alles bekannt gegeben Keine Sorge Leute Ihr werdet die Ersten sein Die das erfahren Und seid auf jeden Fall gespannt Und wenn ihr natürlich uns unterstützen wollt Einfach gerne immer Dabei sein Wenn ihr möchtet Dann könnt ihr auch Natürlich finanziell uns unterstützen Aber bis dahin hat es noch was Und bezüglich Team Beziehungsweise Bewerbungen Für Moderator Dies, das Bald Leute Bald Ihr bekommt dafür alle die Infos Irgendwann Wenn es jetzt soweit ist In sehr kurzer Zeit Auf jeden Fall Und ja Der Typ ist einfach AFK Oder war Einfach am Entschaden Oder so Auch gut Jedenfalls Ist es gar nicht das Thema Worüber ich eigentlich heute reden wollte Nämlich ging es um Ein anderes Thema Was ein Plotwist Jedenfalls möchte ich euch mal fragen Was möchtet ihr fürs Spielmodi sehen Geschweige auf welchen Servern Soll ich mal aufnehmen Oder habt ihr doch Bock Auf mehr Real Life Videos Da möchte ich dann aber So nur abgoben Mehr Feedback quasi so bekommen Oder mehr Aufmerksamkeit quasi Weil Der letzte Vlog kam nicht so gut an Da wundert man sich halt schon Warum ist denn das so Man gibt sich ja schon die Mühe Man ist extra unterwegs Und so Und ja Ich bin jetzt natürlich unten clean Ja komm Bruder Zack zack Der ist down Perfekt Heerenwert Und ich gewählt Ja Der Map war One Hit Auch gut Perfekt Erstmal Double Kill Was wollt ihr sehen Einfach in die Kommentare damit Würde mich sehr 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 freuen Gerne irgendwelche Server Die auch vielleicht nicht bekannt sind Voraussetzung ist halt Dass die Server User Das war jetzt richtig Dumm vor mir Zack Die nächste Runde Auf der Map Cubes Und Perfekt Eine Ender Perle Immerhin zum Retten Weil die lohnt es sich Finde ich nicht In die Mitte zu Perlen Weil da nicht so viele Kissen sind Meines Wissens nach Wenn das irgendwer anders sieht In die Kommentare damit gerne Und vorweg Lasst gerne ein Like Da würde mich sehr sehr freuen Wenn wir so Die 25 Likes packen würden Und wie gesagt Danke für die ganze Resonanz Auf den letzten Videos Die ganze Ganz Kommentare Die ganzen Likes Die ganze Aktivität Die ihr mir zeigt Motiviert mega Und Ich ziehe ja auch aktuell Relativ aktiv Den Content durch Und korrekt Dass ihr auf jeden Fall Alle dabei seid Und dass alle Hyped Ja Perfekt So Geiler Zauberer Kit Also ich könnte jetzt schon Ehrenlos sein Und richtig frech Verzaubern Aber das mache ich nicht Wir werden jetzt gerade Eher lieber mal So ein paar Copwebs lieber Und ja In der nächsten Zeit Steht halt wie gesagt Viel an Nämlich erstmal Der Community Server Release Ich bin nächste Woche Wieder auf einem Konzert Mit meiner Freundin By the way Meine Freundin weiß auch Mittlerweile Dass ich einen YouTube Kanal habe Grüße gehen an dich raus Schatz Falls du das siehst Was ich dazu Halten soll Ähm Ja Sollte eigentlich eher Was Privates zu bleiben Aber Wir haben keine Geheimnisse voneinander Wirklich nicht Und ich liebe dich trotzdem Falls du das siehst Luke ist so süß Ja Perfekt Wollt ihr da einen Vlog sehen Mal gucken Vielleicht kommt da ja einer Äh Und yes Dann ist ja noch die Klausurenphase Dann sind auch schon Zeugnisse In einem Monat Alter Leute Dieser Dieses Schuljahr Erstmal ging So Fucking Schnell vorbei Das ist so Geisteskrank einfach Wie schnell das alles Vorbeigeht Wie schnell man zu alt wird In Zweieinhalb Monaten Werde ich auch schon 18 Das muss man sich auch Erstmal einmal Vorstellen Ich will jetzt natürlich Da vorne einen töten Aber erstmal muss ich natürlich Ja Perfekt Dahinten Der ist tot Ehrenmann Move Auf jeden Fall Junge Richtig Meine Reaktion Yes Perfekt Auf jeden Fall Will ich euch den letzten töten Den Win Würde ich schon Sehr sehr gern holen Ansonsten Ja Liken Abonnieren Würde mich auf jeden Fall freuen In letzter Zeit Echt ein Up und Down Meinem YouTube Abonnenten Zack Der ist down GG Ja Er ist down GG Und Entweder verliere ich welche Und dann gewinne ich wieder welche Naja Dank fürs Zuschauen Ein kurzes Sky Video Skybox wieder mal Und wenn der Berlin-Vlog noch nicht draußen war Tut mir leid Kommt auch noch Und das Ars-Luke kommt auch noch Oder ist schon draußen Haut rein Euer Luke Und ciao Und ciao Ber Soft oder rs-d make war вер